Hey Leute, ich bin's eurer Danny Box und das hier ist das Spezialvideo Teil 2, wo ich jemandem zum Geburtstag gratuliere. Ja Nina, alles Gute zum Geburtstag. Ja, heute mache ich ein Video, wo ich jemandem zum Geburtstag gratuliere. Das ist ein Essay diesmal und ich bedanke mich, dass du an meinem Geburtstag da warst. Das hast du mir gratuliert, das hat mich sehr gefreut, auch wenn ich gut angetrunken war. Ja und deshalb habe ich jetzt ein Video gemacht für dich und jetzt mache ich das, was ich am besten kann. Chillen. In meinem Bereich. Dennis, geh runter von meiner Couch. Ja, also Leute, das war's jetzt wieder, leider von mir wieder. Ihr könnt mir aber auch anschreiben, ob ich für jemanden oder für euch oder für sie das blablabla machen soll zum Geburtstag ein Video oder so ein Video. Und bitte einen Daumen hoch für das Video, bitte ab und her nicht vergessen. Und das war's jetzt von mir. Ja, ich muss jetzt mich fertig machen, weil ich jetzt dann mit Saubleck wieder den Chill-Modus anmache. Chill-Modus. Schön Schicha rauchen. Chillen. Ja, also. Ciao.